Ah! Ahahahahaha! Oh, der kommt! Ohhhhhhhhh! Nice! Nice! Hey, Kinderz! Was geht bei euch ab? Operation Hydra ist am Stizzle und Waller und ich machen zusammen die Co-op-Challenges durch. Oh yeah! Wir werden jetzt natürlich First Try direkt Hydra Global Elite werden. Das versteht sich von selbst. Ich bin übergespann, wie das wird. Das ist meine erste Operation. Babel hat mir schon ein bisschen erklärt, worum es geht. Ich kenn ein paar frühere. Lustig hört sich das Ganze an. Spaßig! Spaßig! Ich kenn die Map noch gar nicht. Also noch keiner der neuen Maps. Wallen, du hast sie schon gesehen, ne? Ähm, ja. Welcome to Operation Hydra. Welcome to Operation Ferralala. Lass uns jetzt erstmal Kohle machen, oder was? Ja. Dass wir uns die P9 schleißen können. Ich glaub, die kommen alle bei mir hier in diesem kleinen Gang. Oh mein Gott, ja, ich hab schon gefressen. Du kannst ruhig den Rest machen. Ich check mal die Map noch ab. Ich kenn sie ja, wie gesagt, gar nicht. Hier kann man... Ah, der ist ne weitere. Ah, ich seh grad, man kann hier so einen gewissen Bereich nicht verlassen. Genau, genau. Machst du grad Vögelche down, oder was? Du bist so brutal. Oh! Oh shit! Oh! Fuck! Oh no! Okay, okay, okay. Checker Gabe. Gabe! Okay, jetzt haben wir Geld, oder? Reicht's? Jawohl, P90. Nice! Die geile Stat-Track, die ich geschenkt bekommen hab. Ah! Also ich kann hier wieder vorgehen. Wollen, ich werde es so machen, dass wir immer abwechselnd die Folgen bringen. Bei mir kommen sie. Oh mein Gott! Alter, die haben mich einfach um den Haufen gemalert. Zu 5 kommen sie. Ach, Scheiße. Den musst du richtig geben. Müssen wir das... Wir müssen das überleben, ne? Komplett. Ja, also du musst überleben, dann werde ich gecovert. Oh! Oh! Attackers Tief, Alter. Alter, das ist die Iven! Geh direkt wieder hier vorne hin. Oh, die kommen bei mir. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab keinen gekillt. Fuck. Die haben bestimmt gefräst, oder? Einer kommt von rechts. Zwei. Die letzten zwei kommen über rechts. Die sind da unten bei der Leiter. Kommt bis dahin. Fuck. Ist die Kaufzeit abgelaufen. Wie schweinedumm. Jetzt haben wir wegen mir reingekommen. Ich versuch die Kills zu machen. Kannst du dir besuch sprechen oder irgendwas? Genau, genau. Ich schau mal kurz raus. Hier ist nichts. Okay, dann guck ich schnell da. Oh, alle hier, alle hier am Fluss. Oh Gott, ich bin direkt. Fuck, die kommen, die kommen am Haus. Oh, ich schild, Mann. Hinter mir! Nice, nice. Das machst du, das machst du. Die bleiben uns jetzt safe. Die bleiben uns safe, außer wir sterben. Da ist es wieder bei null. Oh fuck. Ja, ich hab bei der Treppe, hab ich die Treppe bei der Leiter, oder? Oh Gott. Ja. Das decken sie sich alle. Oh, er hockt auf der Leiter und schießt auf mich. Wahnsinnigal. Oh ja, die sind gegenüber vom Wasser. Okay, okay. Ich bin schon low. Ich halt mich jetzt bisschen bedeckt. Jo. Okay, nice, nice. Einer noch, einer noch. Das macht schon übel Spaß, Mann. So richtig durchkämpfen. Geil. Oh fuck. Oh Gott, was für ein Arsch. Der ist plötzlich zurückgelaufen. Was für ein Pisser, Mann. Die werden halt von Welle zu Welle auch härter, weil sie einkaufen können und so. Aber theoretisch ist es nach dieser Welle ja schon rum, wenn wir P90 Kills hinbekommen. Bei mir könnte was kommen. Ich hab einfach mal gemollt, dass sie da durchrennen. Ich hab die hier schon ein bisschen eingenated. Einer ist an der Brücke. Es kann sein, dass die hier am Haus gleich kommen. Also bei mir ist nichts. Ich komm zu dir rüber. Oh Gott, was? Der gibt mir einen Insta-Headshot. Nice. Oh. Die Schotflinte. Wir müssen ja eh planten. Nice. So ein leggy Headshot. Nein. Scheiße, Mann. Mit der Autopumpe kommt er angeschissen. Die waren beide da. Okay, komm. Jetzt bin ich voll da. Boah, bei mir kommen einige. Ich glaub, die kommen alle hier über mein Haus. Ja. Wow, 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 wow. Hart angefragt, aber mehr auch nicht. Vielleicht muss ich verstecken. Ja, ich versteck dich kurz. Nice. Oh, hu 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 hui. Ich will da ganz kurz... Die kommt bei mir! Okay, warte, warte. Late, late. Ja, ich auch. Ah fuck. Oh Gott, ich bin gut, Flash. Ich seh nichts. Okay, okay, alles gut, alles gut. Er kommt bestimmt hinten rum. Nice. Komm bei mir, bei mir. Einer läuft hier von Brücke. Rechts. Jo, ich geh hier in den Schub. Will ich kurz hausgucken? Ja, bei mir sind sie Wasser. Zwei Stück. Nice. Einer noch. Oh shit. Jawoll. Bei mir. Bei dir, der Modi ist nicht blöd. Nein! Okay, die Runde holst du easy. Drei, müssten alle da sein, ne? Ja. Für mich da jetzt zum Psycho krieg ich ein Insta-Hatch. Rechts hab ich selbst gehört. Nice, nice. Alter, damit er schon findet, um Gottes Willen. Naja, ich hab schon gerochen den Tod. Okay, noch drei Kills. Das müssen wir schaffen. Ich find übrigens die Maps sehr geil nachgestellt aus. Ich war ja letztes Jahr mit meinen Eltern. Also, ich hab die kurz besucht, den österreichischen Urlaub. Das sieht genauso aus. Hier die Berge, krass. Okay. Okay. Bei mir kommt einer. Damit er pappt. Er kippt mir direkt. Nice. Zwei noch. Die kommen direkt da, die kommen direkt da. Oh Gott, sie kommen. Pass auf, pass auf. Nein! Jetzt ist alles weg, ne? Ja. Wir haben uns, glaub ich, für Unbesorgung gemacht. Wir dachten, die Folgen wären möglicherweise zu kurz, weil wir es zu schnell schaffen. Versuch's hier an zu fraggen und du machst du down. Jo. Oh, der kommt! Oh, nein! Nice! Nein, nein, nein! Verpiss dich! Warte, 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 warte! Nice! Der letzte machst du auch noch. Warte, ich dropp dir! Da kommt, der kommt, der kommt, da ist er, da ist er. Ah, scheiße, scheiße. Er rennt weg! Jetzt verpisst er sich! Nein! Ah, er ist weggerannt. Er kommt! Jawoll, Mann! Direkt die fünf Kills geholt. Geil! Und hier, bei mir könnten sie wieder kommen. Hoffentlich haben sie sich nicht gefressen. Okay. Nice. Beide... Oh, ich bin gleich weg. Ah, ist so eine Dicke. Ich schiebe bestimmt über Mitte. Okay, ich sehe keinen. Du hast einer im Haus, auf dem Balkon. Pass auf, der geht und... Okay, ich lade kurz nach. Ich lade kurz nach. Da oben kann man stehen, oder was? Da oben, im Balkon. Hat er drin gestanden, ja. Voll gestört. Der könnte jetzt schon oben sein. Not sure. Beide, beide, beide. Okay. Nice! Okay, hast du genug Cash? Jawoll. Die nächste Runde könnte es schon werden. Wenn wir alle mit der P90 holen. Jetzt kommen sie aber mit Auto... Auto-Snipe. Mit Auto-Negev. Sie kommen hier bei mir! Ja, ich habe keinen Damage gefressen. Mitte kommt was? Ich habe Mitte, ich habe Mitte. Das sind noch zwei Haus. Die letzten zwei Haus. Nice! Jawoll! Geschafft! Du solltest auf YouTube lange suchen, bis du diese Werte hier rausfindest. Exactly, exactly. Schussgenauigkeit und so weiter, ne? 100er Prezi. Das war es jetzt auch schon hier mit der ersten Folge. Die nächste Folge gibt es bei Walden. Da geht es dann um die XM1014, also eine Schrotflintenrunde. Und du hast das letzte Wort. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. Ja, genau. Ich bin cool. Und Jan auch. Tschüss! XM1014